Als registrierter Transfermarkt-User stehen dir viele weitere Funktionen zur Verfügung. Egal ob Spieler, Trainer, Verein oder Spielbericht. Als Transfermarkt-User kannst du nahezu alle Daten selbst korrigieren. Einfach auf das Zahnrad klicken, Formular ausfüllen und abschicken. Taktik, Transfers, Gerüchte oder das Match vom Wochenende. Es gibt immer etwas zu Disp. Geh über 100 Transfermarkt voranladen zum Meinungsaustausch ein. Von der Gerüchteküche bis zu den aktuellen Spieltag tippen oder in die Rolle eines Vereinsmanagers schlüpfen. Registrierten Usern steht die Transfermarkt-Tipp-Under und das Managerspiel kostenlos zur Verfügung. Aktuelle Umfragen, 11 des Spieltages, Marktwerte und Spielernoten, Transfermarkt-User-Könnenboten und eigene Profile und Startseite, Wahl, Favoriten, Fehlensucher und vieles mehr. Das personalisierte Transfermarkt lässt sich nach persönlichen Präferenzen einrichten. Das personalisierte Transfermarkt-Under und der Gerüchteküche bis zu den aktuellen Spieltag. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020